Frank Franz, ein ganz kurzes Interview. Servio, wir sind jetzt hier vor dem Zelt, wo die Frau Merkel kommen soll. Warum stehen wir hier von der NPD? Wir stehen hier, um auf die katastrophale Politik aufmerksam zu machen, die die Kanzlerin Merkel, die Schlepperkanzlerin Deutschland hinterlassen hat. Sie hat 2015 die Grenzen geöffnet. Seither strömen jedes Jahr Millionen Fremde in unser Land, plündern unsere Sozialkassen und herrschen für Unruhe und Unsicherheit in Deutschland. Sie vergewaltigen, sie bedrängen unsere Frauen auf offener Straße. Die Polizei wird der Problematik nicht mehr her. Wir brauchen endlich eine konsequente Umkehr in der Politik in Deutschland, aber auch hier in Hessen. Deswegen Sonntag zur Wahl gehen und hier in Hessen NPD wählen. Frank Franz, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.